Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man schlank und fit bleiben will, dann gehört der Gräbfräu dazu. So eine Jaffa-Gräbfräu ist nämlich ein kleines Vitaminwunder. Sie hat 100 Milligramm Vitamin C und viel Mineralstoff wie zum Beispiel Kalium oder Kalzium. Und dieses Wochenende gibt es bei Coop Jaffa-Gräbfräu in diesen praktischen Tragsäcken zu einem unglaublich günstigen Preis. Aber daran denken, nur morgen, übermorgen und am Samstag. Und jetzt präsentieren wir Ihnen eine kleine Hitparade. Da ist sie schon. Rassige Kurzampulie für Mädchen und Buben. Ein richtiger Frühlingshit in tollen Farben. Oder originell gestreifte mit Kragen. Alle in einer pflegeleichten Qualität, nämlich 100% Baumwolle. Und auch für Damen gibt es jetzt bei Coop die glatten Frühlingspullover. Und zwar aus 100% Acryl und in verschiedenen Modefarben. Oder die leichte Langarmpulli für Herren aus Acryl und Linen. Alle in verschiedenen Modellen. Ja, auch ihm kommt er gut. Unser Osterhas. Wolltest du aussehen. Ui, hast du schwer. Jetzt hat er natürlich alle Händen voll zu tun, unseren Osterhas. Und wenn Sie ihn nicht bei den nächsten Tagen sehen, dann gibt es sicher eine kleine Überraschung. Das letzte Jahr zum Beispiel hat er nämlich 10 verschiedene Kinderheime gesucht in der ganzen Schweiz. Das war natürlich für diese Kinder eine riesige Freude. Und auch dieses Jahr wird unser Osterhas wieder bei ein paar Kinderheimen nachklopfen. Mit einer akuten vollen Überraschung. Auch uns hat der Osterhas viele feine Sachen ins Studio gebracht. Osterhasen, Schocki-Osterhasen, grosse und kleine, braune und weisse. Oder die Halbeier aus feiner Arnimilchschocki, gefüllt mit Praliné-Surfain. Achtet Sie auf die feinen Osterangebote in Ihrem Coopladen. So, und jetzt wünschen wir Ihnen frohe Osteren. Und gerne ins Coop senden für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop die Hit-Angebote. Eine Dose Gemüseplatte mit Eierschwimmel mit Gastronom für 2,20. Eine Dose Bastetli-Füllung mit Gastronom für 2,90. Zwei Dose Erbschen mit Rüeble mit Gastronom nur 2,80. Zwei Tauben milder Tommysenf, 2,10. Und zwei Tauben Tommymayonnaise, 3,30. Ein halber Liter operisierter Vollrahm für nur 4,60. Und ein Viertelliter nur 2,35. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 4,8 Kilo Tedimat für 10,90. 1,5 Kilo Coral nur 6,50. Zwei Liter Textilverrädler Comfort für nur 3,80. Ein Kilo Jaffa-Gräbfrei in der praktischen Trakttasche für nur 1 Franken. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. 4,8 Kilo. 1,5 Kilo Öinator Rich infection.